Da in den letzten Monaten und Jahren immer wieder Anfragen gekommen sind, was ich für Equipment verwende, für meine Videos und zum Sondeln, zum Beispiel waren da Fragen wie, welche Kamera verwendest du, welchen Pinpointer verwendest du, obwohl man es ja eigentlich in den Videos sieht und ich es schon öfters auch erwähnt hatte, sind die Fragen immer wieder aufgetaucht. Ich habe jetzt beschlossen, eine neue Kategorie bzw. zwei neue Kategorien in meinem Kanal zu eröffnen. Ich zeige euch jetzt hier, während ich euch das erzähle, am Desktop, wie man auf diese Kategorie kommt, wie man sich die Videos angucken kann. Ihr könnt die Kategorien bei den Playlists einsehen. Das wird einmal die Kategorie Restauration sein. Dort werde ich alle Videos reinpacken, die im Zusammenhang mit Restauration stehen und dann wird eine neue Kategorie dabei sein über Ausrüstung. Kategorie wird wahrscheinlich Ausrüstung oder Equipment heißen. In dieser Kategorie geht es ausschließlich um Ausrüstung zum Sondeln, Kamera Equipment, Pinpointer, Grabungswerkzeuge, Kopflampen, Detektoren, Fundtaschen, Rucksäcke, Koppeln, alles was man zum Sondeln brauchen kann und dort werde ich mein Gesamtet Equipment mit der Zeit vorstellen, Stück für Stück meine Erfahrungen dazu mit euch teilen und ihr könnt euch die Videos angucken und könnt was dazu schreiben oder könnt einfach vielleicht euch ein paar Tipps oder Informationen da rausholen, wenn ihr vorhabt euch einen neuen Spaten zu kaufen oder so. Vielleicht ist ja da der richtige Spaten für euch dabei oder die richtige Schippe oder das richtige Grabungsmesser oder vielleicht auch der richtige Pinpointer und so weiter und so fort. Natürlich gibt es so allen möglichen Sachen auf YouTube zuhauf Videos, aber da sich ja so viel bei mir inzwischen angesammelt hat an Grabungswerkzeugen und Sondel Equipment, sprich Pinpointer und immer wieder die Fragen gekommen sind, habe ich beschlossen einfach mal jetzt so eine Kategorie einzuführen. Außerdem macht mir das Spaß die Videos zu machen und ich habe die Möglichkeit einfach auch mehr Videos auf meinem Kanal zu zeigen. Nicht nur Sondeln, sondern auch das Thema Ausrüstung und Sondel Equipment interessiert mich persönlich auch sehr, weil ich finde das total spannend und interessant sich mit der Ausrüstung zu befassen und mit der Qualität. Deswegen wird es die Kategorie jetzt demnächst geben, in wenigen Tagen wird die online sein, vielleicht auch schon heute. Dort werdet ihr dann in Zukunft Videos finden über meine Ausrüstung. Von Kamera bis Detektor, Pinpointer, da wird alle zu sehen sein. Wenn ihr was bestimmte sehen wollt, könnt ihr das auch einfach in die Kommentare schreiben, dann werde ich dazu auch noch ein Video machen. Das Thema Sondelvideos ist immer so eine Sache, ich mache gerne Sondelvideos, ich würde auch gerne mehr Sondelvideos machen, aber ich möchte euch Sondelvideos zeigen mit Funden, mit guten Funden und wenn ich nichts finde, dann kommen meistens auch nicht besonders viele oder besonders gute Aufnahmen zustande. Deswegen dauert immer eine Weile bis ein Sondelfilm fertig ist. Manchmal dauert das einen Monat, manchmal sogar zwei Monate, bis mal ein paar gute Funde mal wieder dabei waren, wo man dann eine kleine Fundzusammenfassung machen kann oder manchmal dauert es auch nur einen Tag. Da findet man am einen Tag gleich ganz viel. Dementsprechend dauert es manchmal ein Weilchen, bis Sondelfilme rauskommen. Und mit dieser neuen Kategorie oder mit den neuen Kategorien Restauration und Ausrüstung kann ich euch einfach mehr Videos in Zukunft auch präsentieren. Ich hoffe euch gefällt es. Dieses Video hier, welches ihr euch gerade anguckt, dient nur als Informationsvideo und wird vermutlich wieder gelöscht werden in einigen Wochen oder Monaten, wenn das keine Klicks mehr bekommt. Es geht nur darum, dass ihr Bescheid wisst über diese neuen Kategorien. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.